Zuerst war ich zu den Kurierern, die auch richten Einheiten zugeteilt wurden, eine Zeit lang dort. Nachher war ich bei den, wie sagt man, Sabotageeinheiten, da kamen wir an die Brücken, Telefonmaus und solche, in die Luft gesprungen. Nachher war er in einem Bataillon, da waren 300 Mann zusammen, da war er aber schon ein bisschen anders. Wenn da ein paar Mann gekommen sind, war er wegen Essen ja kein Problem, aber wenn einmal 200, 300 Leute zusammen sind, nachher ist es aber schon ein bisschen anders für das Essen gewesen. Aber einiges haben es uns, die Leute gegeben, einiges gekauft und einiges mitgenommen, sozusagen. Ja, so wie das jedes Militär, leider ohne dem ging es nicht, weggenommen haben wir nur, denn die gegen uns waren, die gegen die Partizanen waren, aber sonst war er freiwillig und unterbezahlt. Nach dem Krieg haben sie die Gutscheine für das Viech abgegeben und das abgegolten wurden, aber trotzdem, wir waren froh, dass der Krieg aus war. Ja, und... Ja, und...